Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zu Planet Coaster! Ich möchte ein bisschen Achterbahn fahren. Ich habe im Übrigen meine Kameraeinstellung ein bisschen verändert. Das heißt, ihr könnt meinen Hintergrund sehen, weil mich das einfach genervt hat, dass alles abgeschnitten wurde. Lebt damit! Es ist das erste Mal, dass ich Planet Coaster starte. Es funktioniert bei mir einwandfrei, bei anderen manchmal nicht. Also das Spiel hat noch Kinderkrankheiten. Bei mir zum Glück nicht. Wir akzeptieren erstmal die Geschäftsbedingungen. Nein, das machen wir jetzt noch nicht. Wir erstellen uns erstmal einen Avatar. Äh, wir sind... Ja, schon beleibter. Weiblich, aber nicht so beleibt. Ach, ist doch scheiße. Okay, dann müssen wir halt so beleibt bleiben. Wir sind sehr blass. Eher das... Ne, eher das da. Mittlerweile wieder das da. Achso, wir können die Farbe nochmal verändern. Hier nicht. So, aber hier... Schwaaaaaaaz. Schwarz. Brille. So renne ich nie rum. Da renne ich eher so rum. Aber nicht in hellblau. Sondern in dunkelblau. Oder schwarz. Schwarz. Entschuldigung. Oh, schön. Nein, das ist tatsächlich eher schwarz. Ähm. Oder wie man grad sieht, dunkelblau. Äh, ja. Lange Hose. Ich darf's ja gar nicht sagen. Schwarz. Oh, ist ja furchtbar. Aber die Hüte passen alle nicht. Also so renne ich tatsächlich auch ab und an rum. Wie ihr ja manchmal sehen könnt. Aber eigentlich nicht in der Farbe, alter. So renne ich auch manchmal rum, übrigens. Sieht auch viel cooler aus. Also rennen wir mal so durch die Gegend. Okay, ich bin... Das da. Annehmen. Das ist mein Avatar. Das bin ich. Äh. Kann man die Welt drehen? Ja. Oh Gott. Wie soll ich denn bei meinen geografischen Kenntnissen da Europa finden? Oh, da ist Afrika. Ihr habt's gefunden. So, hier haben wir London. Kann man da näher ran zoomen? Scheiße. Spanien, Frankreich, Italien. Ich bin ungefähr... Ungefähr da. Oh, schön. Ähm. Ich spiele dann mal. Was möchten wir machen? Sandbox möchten wir eigentlich nicht machen, ne? Herausforderung eigentlich auch nicht. Eigentlich können wir doch... Bla, bla, bla. Gibt es Tutorial-Videos? Nein. Also nicht für uns. Schade. Karriere. Ich drehe hier schon durch. Wir spielen, glaube ich, Karriere. Äh. Käptn... Äh. Piratenschlacht. Okay. Neues Szenario. Starten. Wie kann ich eine Bewertung kriegen, wenn ich noch gar nicht im Spiel bin? Unfassbar. Ah, hi, du Landratte und willkommen bei Planet Coaster. Geh nicht über Bord, wenn du diesen Kracher von einem Piratenpark übernimmst. Schließe den Bau der Fahrgeschäfte ab, wende zu einem Publikumsmagneten und unterhalte deine Gäste mit Seemannsgarn und allem drum und dran. Bleib... Okay, ich habe gar keine Ahnung von dem Spiel. Vielleicht hätte ich doch erst Sand Box nehmen sollen. Ähm... Kann man hier irgendwie drehen? Ähm... Ich probiere gerade alles aus. Ja, so kann man drehen. Oh Gott. Okay. Hä? Hä? Ach so, okay. Aha, so haben wir schon mal die Karte gedreht. Alles klar, hab ich verstanden. So. Auswählen. Escape. Kamera schwenken. Scrollen. Kamera drehen. Schreien Y. Okay. Grau ist aber langweilig. Das sieht auch scheiße aus. Das sieht auch kacke aus. Ja, ist kacke aus. Aha, aha. Okay. Okay. So, jetzt gehen die da alle raus. Und dann dürfen die nächsten da reingehen, ne? Ich hab überhaupt keine Ahnung von diesem Spiel. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, als erstes ein Szenario zu wählen. So lerne ich das Spiel nicht kennen. Jetzt müsst ihr da aber mit mir durch. Ja, ja. Heule nicht rum. Ist das Komodo? Oh, the ocean, ja. Ist das. Gott, die Ränder rein. Das ist ja wirklich so gestört wie im echten Park. Warum will damit keiner fahren? Ich hab echt keine Ahnung, was ich hier machen muss. So, baue zwei beliebige Fahrgeschäfte. Okay, dann machen wir das doch mal. Meine Baupläne. Hab ich gar keine. Sehr gut. Ja, das können wir doch schon mal bauen. Okay, Eingang platzieren. Da. Ausgehung platzieren. Da. Okay. 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 So, ja, das kann man auch alles lassen, okay, oh Gott, jetzt hätte ich gerne erst einen Test, wir schauen natürlich zu und wir haben Dummies, wie mega geil, Dummies, oh krass, oh Gott, ich würde mich da nie reinsetzen, nie, 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 nie würde ich mich da reinsetzen, niemals, um Himmels Willen, oh Gott, boah, boah, da wird mir, boah, da wird mir schlecht, stellt euch mal vor, ich müsste das mit Virtual Reality machen, Igitt, um Himmels Willen, boah, Boah, wie schrecklich, iiih, die ging ja, iiih, boah, da wird mir ernsthaft schlecht, Boah, Looping in der Höhe, oh, ich muss mich fast übergeben, Alter, ich würde das nie mitmachen, wie viele Looping's machen die denn, oh Gott, um Himmels Willen, ist ja furchtbar, boah, ekelhaftig, okay, dann kann's losgehen, mal gucken, wie viele da reingehen, viele Gäste haben Durst, okay, was zu trinken, ich möchte eine Getränkehütte bauen, kann man das drehen, eigentlich passt das hier besser her, nein, wie dreht man denn nochmal, mit Y, Ceylon. Ähm, gibt es eigentlich auch Mülleimer? Jaaa, Mülleimer, das ist gut. Und Bänke sind hier vielleicht auch ganz gut. Das ist aber noch nicht voll, gefällt mir nicht. Jaaa Parkverwaltung, die schaum uns jetzt erst, erst mal an Finanzen. Forschung! Ja, ich möchte eine Forschung starten und zwar für ein Familienfahrgeschäft. Was ist das denn heiß? Insanity 7. Ich brauche hier halt auch einfach irgendwas und habe gar keine Ahnung. Das sieht auch geil aus. Ich bin übrigens, wie man sieht erstmal, ich habe keine Ahnung und Einbinden in die Landschaft. Ich bin voll episch, wie man sieht. Alter, Verwalter. Kann man das umverfärben? Nein, Piraten... Oh, auf hoher See ist vielleicht ganz gut. Kann man das dann... Sieht jetzt aber nicht so aus, um ehrlich zu sein. Ach, das ist die Musik. Ähm... Braun... Braun... mit... Braun... mit... Grau... Das sieht alles scheiße aus. Das ist mit... Gelb... Egal... Eingang platzieren... Ausgang platzieren... Eingang platzieren... Aha... Also wir testen das jetzt erst mal wieder aus. Ich sitze da drin, ich bin wieder ein Dummy. Das ist genau so wieder. Das ist schon mal kurz, ich will mein Wasser jetzt. Aber die Fahrt, ist die Fahrt beendet? Nein. Ich komme aber nicht ans Wasser ran. Egal. Bin ich vielleicht auch? Es ist Eis hier und kein Wasser. Das ist so, dass ich schwiegen muss. Selbstgemacht. Ja. Also jetzt haben wir auch keine Lust mehr. Äh, wir stellen jetzt mal auf den teuer Arm. Das sind überhaupt 4.50. Okay. Gehen ja im Moment genug Leute rein, ne? Und so, was ist hier los? Da bin ich bei. Brancheziel haben wir schon mal erreicht. Sehr gut. Da warnt. Ich bin da schon mal auf der Podsgrube, ihr wirst. Ich bin da natürlich auch nicht mehr. Das kann ich jetzt noch nicht mehr machen. Ich bin da. Ich bin da. Das ist eher gut. Ja, ich bin da. Das ist mir wunderbar. Da ist es cool, wenn ich da, Es ist schön falsch rumgebaut. Oh Gott, die Wartezeit wird auch ewig sein. Gibt es hier Wege? Da, Wege da unten. Da, Wege da unten. Da, Wege da unten. Okay, ein bisschen ruhig. Das sieht ja episch aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich glaube, wir bauen halt auch... Oh, wir können eigentlich mal gucken, was unsere Forschung macht. 40 Prozent. Das ist natürlich nicht selbst so. Also gehen wir gleich mal in ein Fahrgeschäft da rein. Und... 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 So was hier, ne? Oh Gott. 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 So, wir gehen wieder in den Testwagen rein. Oh mein Gott, die drehen sich auch noch mal selber. Da würde ich auch nie reingehen. Wie würde ich da reingehen, ob ich da auch weiter ankomme? Damit ihr das richtig seht. So, wir gehen wieder in den Testwagen. So, wir gehen wieder in den Testwagen. Oh Gott, da wird es auch immer wieder hell. Ich habe hier unfassbar viele Errungenschaften. Ich habe keine Ahnung, was sie bedeuten. Die Farben gehen eigentlich zu lang. So, das machen wir direkt, aber ein bisschen schöner. Was sind das für Spielzahlen? Flammenwerfer. Was ist das für Spielzahlen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kann man irgendwas rückgängig machen? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, wir können mal eine Toilette bauen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt brauche ich noch Wege. So, jetzt können die alle auf die Toilette gehen. So, aber Freunde der Sonne, für heute muss das erste Mal reichen. Wir haben immerhin leicht und mittel geschafft. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Funde. Bye, bye, little baddies.